Bei schlechtem Wetter wird die Kasse jeden Abend geleert und die Kasse unter des Blumenfeldes, damit nicht in der Nacht was passiert. Und die Kasse, die Kasse ist gesichert mit zwei Schloss, Schloss Nummer 1 und dann ist da unten auf das zweite Schloss. Jetzt gehts. Zweiter Schloss. Und der Deckel kommt raus. Ähm, sieht man ja, etwas weniger ist drin. Ja, kleine Einnahmen. Ähm, kleine als keine. Ja, dank dieser Folie lässt sich überhaupt noch marschieren auf meinem Blumenfeld. Hier, schon viele geschnitten. Aber es hat noch. Hier hat es noch schöne, schöne Tulpen zum Schneiden. Wenn morgen das Wetter wieder besser ist, denkt daran, auf unserem Blumenfeld hat es noch viele schöne Tulpen. Das war's für heute. Wetter. Wetter. Vielen Dank.